Hallo Leute, da bin ich wieder. Abdelkari, der Marokkaner, eures Vertrauens. Heute rede ich eine neue Runde Klartext mit unseren Volksvertretern. Es dauert nicht mehr lang bis zur Bundestagswahl und dann entscheiden sich zwei spannende Fragen. Erstens, wer wird auf der Regierungsbank Platz nehmen? Und zweitens, Angela Merkel ist jetzt 16 Jahre lang die Chefin im Ring gewesen. Wer wird ihren Posten übernehmen? Heute müssen Politiker und Politikerinnen von CDU, AfD und den Grünen Menschen Rede und Antwort stehen, die von ihrer Politik direkt betroffen sind. Allerdings haben die Abgeordneten keine Ahnung, was sie überhaupt erwartet. Reinspurziert. Jana Schimpke von der CDU will die Hartz-IV-Sätze auch nach den Wahlen nicht erhöhen. Könntest du mit 320 im Monat klarkommen? Ich müsste es versuchen und würde vielleicht auch schauen, dass ich mir Hilfe von wo auch immer herhole. Carsten Hilse, der umweltpolitische Sprecher der AfD, glaubt nicht, dass wir Menschen den Klimawandel verursachen und will an fossilen Brennstoffen festhalten. Sie sagen doch gerade, Braunkohle muss weiterlaufen. Ja, aber das interessiert das, was ich, was die AfD sagt, das interessiert in den Regierungskreisen sowieso niemanden. Ricarda Lang, die Vizechefin der Grünen, setzt dagegen auf erneuerbare Energien und bekommt dafür reichlich Gegenwind. Was wollen denn die Grünen machen? Ich habe ja gelesen, wir wollen Anwohner schützen. Als Folge, wie werden wir geschützt? Man muss damit leben, dass es diese Windräder gibt und dass es diese Windräder auch nah an Wohngebieten geben wird. Drei Parteien, drei Volksvertreter und natürlich Abdelkarim. Jetzt wird endlich Klartext geredet. Die 58-Jährige hat 20 Jahre lang als Kranken- und Altenpflegerin gearbeitet. Dann bekam sie starke Rückenprobleme, wurde mehrfach operiert und musste ihren Beruf im Alter von nur 40 Jahren aufgeben. Noch immer kann sie sich ohne Schmerzmittel kaum bewegen. Auf dem Arbeitsmarkt hat Bärbel keine Chance mehr. Das ist eben dieses Fordern und Fördern. Aber was wollen sie mit einem kranken Menschen machen, der nicht mehr arbeiten gehen kann nachweislich? Fällt mir nichts zu ein. Seit 18 Jahren lebt Bärbel notgedrungen von Sozialleistungen. Inzwischen bekommt sie eine kleine Erwerbsminderungsrente und zur Aufstockung Grundsicherung. Insgesamt rund 930 Euro. Davon muss sie ihre kompletten Ausgaben finanzieren. Auch die Miete. Es geht halt nur nach Bedarfen. So wurde es festgelegt. Ja, aber durchdacht ist es nicht. 446 Euro stehen Bärbel für den reinen Lebensunterhalt zu. Das entspricht dem Hartz-IV-Satz für Alleinstehende. Diese pauschalen Berechnungen der Regelsätze stehen seit Jahren in der Kritik. Wohlfahrtsverbände halten sie für lebensfern. Ein bisschen Spielraum. Wenn ich was sehe, dass es über den Bedarf hinausgeht, dass ich ein Buch kaufen kann, was mir gerade gefällt, ein Kleidungsstück, was auch immer. Da muss ich dann jedes Mal gucken, geht es in diesem Monat oder geht es anders. Das ist krampfig. Nur krampfig. Für Bärbel gibt es keine Perspektive. Denn sie wird wohl nie wieder arbeiten können und ist auf staatliche Unterstützung angewiesen. Ich fordere von der Politik, dass die Regelsätze sowohl bei Hartz-IV als auch bei vergleichbaren Sozialleistungen den Lebenswirklichkeiten angepasst wird. Um über die Runden zu kommen, muss Bärbel das Angebot der Tafel, einer gemeinnützigen Organisation, in Anspruch nehmen. Jana Schimpke soll heute miterleben, was es bedeutet, auf Lebensmittelspenden angewiesen zu sein. So, für die Aufwandsentschädigung und was die Tafel sonst noch alles braucht, gibt jeder pro Nase zwei Euro. Gehen Sie jetzt zur Tafel, weil die Unterstützung, die Sie staatlicherseits erhalten, schlichtweg für das Essen nicht reicht? Ja, so ist es. Ich habe auf anderen Seiten so viele Ausgaben, dass es sonst zum Essen nicht reichen würde. Angelika Böck ist die Leiterin der Luckenwalder Tafel und arbeitet hier ehrenamtlich. Die Organisation versorgt regelmäßig 380 Menschen mit Lebensmitteln und finanziert sich über Spenden. Eine kurze Frage noch, wenn wir schon die Ansprechpersonen hier haben, die wirklich viele Menschen hier trifft. Kommen denn auch arbeitsfähige Menschen hierher, die keine Arbeit finden, obwohl sie arbeiten wollen? Ja, definitiv. Es kommen Leute in Hartz IV hierher, wo es schwierig ist, in der Kleinstadt oder so überhaupt Arbeit zu finden. Es kommen Alleinstehende hier, Alleinerziehende, viele Rentner, wo die Rente kaum reicht. Also es ist eine bunte Mischung hier. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung, war selber mal in Hartz IV, man lebt, aber leisten kann man sich nicht. Nee, auf keinen Fall. Du sagst trotzdem, Hartz IV soll nicht erhöht werden? Wie passt das zusammen? Die Hartz-IV-Regelsätze werden regelmäßig erhöht. Zuletzt im Januar 2021. Für Alleinstehende stieg der Regelsatz um 14 Euro auf 446 Euro pro Monat. Hartz IV ist ein Leben am Existenzminimum. Und deswegen ist ja unser Sozialstaat bei eben jenen Menschen, die auch noch erwerbsfähig sind, darauf so ausgerichtet zu sagen, ihr müsst wieder arbeiten gehen. Und ihnen kann man eben leider dann auch nicht so helfen wie jemandem, der im erwerbsfähigen Alter ist. Ja, Jana, das war Bärbel. Deine Eindrücke? Eine Frau mit einem bewegten Leben, mit einigen Schicksalsschlägen. Es kommt vieles zusammen und es gibt keinen Ausweg. Das ist eben der Punkt. Nur wenn die Politik entscheidet, dass erwerbsunfähigen Menschen wie Bärbel ein anderer Bedarf zugesprochen wird, könnte ihr Alltag erleichtert werden. So Leute, es geht weiter. Jetzt bin ich in NRW, um der AfD auf den Zahn zu fühlen. Die haben ja einen Wahlslogan. Deutschland, aber normal. Was auch immer das heißen mag. Vor dem Kölner Dom studiert Abdel das Wahlprogramm der AfD. Ein Europa der Vaterländer. Wir wollen ein Land von Wohnungseigentümern werden. Mindestlohn beibehalten. Deutsche Leitkultur statt Multikulturalismus. Ja, da stehen viele Sachen. Aber wer sich zum Thema Klimapolitik schlau machen will, der muss ganz weit hinten im Wahlprogramm schauen. Nämlich auf Seite 173 von 207 Seiten. Hier steht nämlich, das Klima kann keinen durch den Menschen postulierten und schon gar nicht garantierten Bestandsschutz haben. Das Klima ist per se nicht schutzfähig. Man solle dem Klimawandel positiv begegnen. Für mich ist es halt ganz furchtbar, weil es könnte ja anders sein. Also man könnte ja auch einfach sagen, die Dörfer können erhalten bleiben und die Kohle bleibt in der Erde. Weil selbst diese Kohle ist ja auch für viele Dinge zuständig gerade. Die macht ja wirklich auch viel kaputt. Und ich frage mich da halt immer, warum reagiert da unsere Politik nicht? Also in anderen Worten, das klingt für mich nach Vertreibung. Entwurzelung sowieso, ich will sogar Vertreibung sagen. Das Problem ist, dass diese Regierung gleichzeitig aus der Kohle und aus Kernkraft aussteigen will. Selbst das IPCC, der Weltklimarat, Sie werden sich wahrscheinlich damit beschäftigen, sagt, Kernkraft wäre ein Modul quasi, um letztendlich Emissionen einzusparen. Das ist aber das, was die Bundesregierung komplett ablehnt. Und wir sagen, wir werden in der Zukunft nicht daran vorbeikommen. Und wenn Sie einfach ehrlich wären und würden sagen, okay, Kernkraft ist genauso oder sogar sauberer als Windmühlen zum Beispiel, dann könnte man dieses Dorf sogar retten. Also ich persönlich würde sagen, ich lebe an diesem Tagebau. Ich habe einen Braunkohletagebau vor der Haustür. Wir haben PV auf dem Dach und hier steht überall Windkraft. Von all den drei Sachen würde ich sagen, bin ich mit Wind und Sonne total glücklich. Ich würde weder neben einem Tagebau wohnen wollen, noch neben einem Atomkraftwerk. Haben Sie auch mal mit denen unterhalten, mit den Dorfbewohnern unterhalten, denen Sie quasi 500 oder 600 Meter davor eine Windkraftanlage hingestellt haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen lieber neben einem Atomkraftwerk wohnen wollen, als neben Windrädern. Und am Ende ist ja auch immer der Spruch der AfD und auch der Braunkohllobby, die sagen, irgendwo muss der Strom ja herkommen. Da stimme ich grundsätzlich erstmal zu. Aber wenn wir die Wahl haben zwischen Sonne, Wind, einer unkontrollierbaren Technologie und Braunkohle, dann bin ich mir sicher, wofür sich die Leute entscheiden werden. Und das wird nicht Atom sein und auch nicht Braunkohle. Was ist jetzt Ihre Lösung? Einfach die Braunkohlekraftwerke stilllegen und dann aber Strom aus Frankreich, aus Polen und aus Tschechien? Und ich kann einfach nur das Zitat wiederholen von Frau Merkel. Wir machen uns lächerlich, von 2008 glaube ich. Wir machen uns lächerlich, wenn wir gleichzeitig aus Kern- und Kohlekraft aussteigen und dann aber Strom einkaufen, der quasi genauso produziert wurde. Es macht kein anderes Land und es wird auch niemand uns folgen. Aber das stimmt ja nicht. Spanien zum Beispiel steigt bis 2030, ist beschlossen aus Atom- und aus Braunkohle aus. Wenn Sie sagen, kein anderes Land macht das, stimmt nicht. Österreich und Belgien ist schon aus Braunkohle ausgestiegen. Die Realität wird die einholen. Ich würde vorschlagen, wir gehen weiter rein und schauen uns mal um, was hier bald alles weg ist. Von den rund 1500 Menschen, die einst in den Ortschaften rund um Kuckum lebten, sind nur noch knapp 700 übrig. David und seine Familie wollen hier nicht weg. Dafür kämpfen sie im Bündnis, alle Dörfer bleiben. Hier stehen super Häuser. Und ich frage mich wirklich, wie kann man da mit ruhigem Gewissen sagen, wir plädieren dafür, dass die Braunkohle erhalten bleiben muss. Aber für Ihre jetzige Situation bin ja nicht ich zuständig. Ja, aber Sie sprechen ja dafür, dass die Braunkohle erhalten bleiben muss. Und das ist ja meine Situation. Hört jemand auf uns in irgendetwas? Bei irgendeinem Thema? Niemand. Jeder Antrag, den wir stellen, egal wie vernünftig er klingt. Aber haben Sie schon mal einen Antrag gestellt, dass die Braunkohle doch bitte aufhören soll, unsere Dörfer wegzubaggern? Und Sie meinen, wenn wir den Antrag stellen würden? Aber haben Sie es schon mal gemacht? Nein, natürlich nicht. Warum natürlich nicht? Weil er ein heimlicher Braunkohleverehrer ist. Ich bin kein heimlicher Braunkohleverehrer. Auch noch. Nein, ich bin einfach ein Realist. Ich sage, das ist der einzige, der einzige Rohstoff, den wir in Deutschland haben, ist die Braunkohle. Also die bleiben Sonne und Wind nutzen, wird nie miterhalten können mit... Wird es nicht, nie. Für mich hat sich gezeigt, dass die AfD überhaupt nicht die Partei der kleinen Leute ist, sondern dass die AfD weiterhin bereit ist, Menschen für den Braunkohletagebau zu enteignen und ganze Dörfer zu zerstören. Und stattdessen lieber auf Kernkraft setzt, die es nicht gibt. Das ist für mich nicht wählbar. Eine Partei, die den Klimawandel ganz klar in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellt, sind die Grünen. Abdel hat sich mit der Vize-Chefin von Bündnis 90 Die Grünen in Baden-Württemberg verabredet. Heute bin ich im Süden unterwegs und ich treffe gleich Ricarda Lang. Das ist die hier. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und sie kandidiert hier in Schwäbisch-Gmünd für den Bundestag. Mit ihren gerade mal 27 Jahren gehört sie zu einer ganz neuen Generation junger Menschen, die ins Parlament wollen. Ein Windpark in Brandenburg. Direkt vor der Haustür von Matthias Nagler. Wenn ich die Windmühlen sehe, geht's noch. Hören ist eigentlich viel schlimmer. Ist definitiv eine Belästigung, besonders in der Nacht, wenn man schlafen will, weil die Windkraftanlagen extrem laut sind. Vor 18 Jahren wurden hier die ersten Windräder gebaut. In knapp 500 Metern Entfernung vom Haus der Familie. Und quasi über Nacht. Uns wurden die Windmühlen vor die Nase gesetzt, ganz eindeutig. Als wir 1999 im Dezember eingezogen sind, drei Jahre später fingen die Bauarbeiten für die Windkraftanlagen an. Die kamen aus heiterem Himmel. Weder die Gemeindevertretung, noch der Bürgermeister, noch die Anwohner wussten, warum eine Raupe den Boden abschiebt. Und da bin ich mit dem Bürgermeister zusammen, mein Vater, der Bürgermeister und ich, wir sind da hingegangen und haben den Raupenfahrer gefragt, Was machst du denn hier? Ich schiebe viele Windmühlen. So sind die Windmühlen zu uns gekommen. Und sie sind laut. So laut, dass sie regelmäßig die erlaubten Grenzwerte überschreiten. Das Dezibel-Messgerät ist Matthias Naglers ständiger Begleiter. Der Grenzwert in der Nacht liegt bei 45 Dezibel. Und die 45 werden zum Teil überschritten bis zu 10 dB. Und das Umweltamt war ja auch schon bei uns messen, direkt am Schlafstubenfenster, da wo auch der richtige Messwert ist. Im Mittel sind sie so 7, 6, 7 Dezibel drüber. Familie Nagler fordert die Betreiber der Anlagen seit Jahren auf, die Grenzwerte einzuhalten. Das wäre mit Nachtabschaltung und Reduzierung der Drehzahl möglich. Aber bislang ist nichts passiert. Man hat andere Regeln, an denen man sich halten muss, Straßenverkehrsordnung, da kann man auch nicht einfach sagen, ja ups, 30er-Schild, da bin ich halt mal 50 gefahren und so. Also es ist einfach unfair. Und das ist so das, worum es ja auch uns allen geht, dass eben die Regeln eingehalten werden und nicht, dass Windkraftenergie an sich verboten wird oder gar nicht vollbracht wird, sondern einfach, wie es gemacht wird, ist nicht fair. Die neue Regierung müsste sich dahingehend positionieren, dass sie Rahmenbedingungen schaffen, dass die Windkraftanlagen wohl nicht da gebaut werden, wo sie niemanden gesundheitlich stören oder niemals gesundheitliche Schäden verursachen können. Ja, lauter als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ja. Aber was würdest du denen sagen, wenn du die Treppen würdest? Also ich meine einmal, dass ich natürlich Verständnis dafür habe, wenn wirklich da auch das Gefühl ist, dass es gesundheitliche Auswirkungen hat, weil es ist ja so, dass wenn man direkt dran ist, dass es wirklich auch sehr laut einfach ist. So, da bin ich ja mal gespannt, was das genau heißen kann. Wir haben was für dich vorbereitet. Das habe ich mir gedacht. Familie Nagler, wir warten auf euch. Hallo. Hallo. Hallöchen, hi. Ja, ich muss so gehen, mich hat der Clip umgehauen. Ich darf ja mal nachfragen, ist es für Sie, ist es vor allem der Lärm, der Sie stört? Und was ist für Sie das? Oder die Aussicht, oder was ist das? Ja, also Lärm und Schatten. Die wurden 2003 gebaut. Jetzt sind sie so 18 Jahre da und jedes Jahr im Winter, zwei Monate Schattenschlag. Erlaubt sind 30 Minuten. Wir haben bis zu 70. Ansonsten Lärm. Wenn Sie jetzt wirklich sagen, dass da Lärmsachen überschritten wurden oder sowas, dann muss man da natürlich reingreifen. Ich sage es nicht nur, sondern Umweltamt war bei uns messen, hat es festgestellt, war 2018 im August, ist jetzt drei Jahre her. Seitdem geht der Schriftverkehr zwischen Betreiber, Umweltamt hin und her. Was wollen denn die Grünen machen? Ich habe ja gelesen, wir wollen Anwohner schützen. Was heißt das konkret? Anwohner schützen, freuen wir uns alle. Als Frage, wie werden wir geschützt? Ja, weil davon haben die jetzt nicht so viel. Stand jetzt. Es muss natürlich dabei Lärmschutz gewährleistet sein, dann da zu gucken, Anwohnerinnen vor allem mit einzubeziehen. Das hatten Sie ja gesagt, dass es keinerlei Einbeziehung gab an ihrer Stelle, das finde ich falsch. Das finde ich ein Problem. Wir müssen aus den fossilen Energieträgern raus. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, wenn wir damit verhindern wollen, dass wir bestimmte Kipppunkte erreichen. Man muss damit leben, dass es diese Windräder gibt und dass es diese Windräder auch nah an Wohngebieten geben wird. Es ist wichtig, dass Politik ehrlich ist. Wir werden die Gerechter verteilen, deutschlandweit, wo was gebaut wird. In Deutschland erzeugen rund 29.000 Windkraftanlagen Strom. Die meisten davon stehen im Norden. Brandenburg, die Heimat von Familie Nagler, liegt mit aktuell knapp 3.900 Windrädern an zweiter Stelle im Vergleich der Bundesländer. Was wollen denn die Grünen hinkriegen, was die bisherigen Machthaber, Entscheider nicht hinbekommen haben, dass wirklich alle Bundesländer dafür Sorge tragen müssen? Weil ich finde es echt ein bisschen unlogisch, dass Baden-Württemberg 11 Millionen Einwohner, 800 Windräder, Brandenburg 2,5 Millionen Einwohner, wie mal Daumen, 4.000, also das passt ja überhaupt nicht, hinten und vorne nicht. Wir wollen es verpflichtend machen. Verpflichtend? Also wir wollen tatsächlich, dass man sagt, unser Ziel ist 2 Prozent der Fläche und dann wollen wir, dass alle Bundesländer verpflichtet werden, Flächen dafür auszuweisen. Bei der Errichtung neuer Windkraftanlagen lag Brandenburg 2019 sogar an der Spitze aller Bundesländer. Die aktuellen, die sie bei uns bauen wollen, sind 240, 250 Meter hoch. Und es sollen 120 werden, über 250 Meter hoch werden. Auch ihre Kollegen im Parlament in Brandenburg haben im Koalitionsvertrag eine Stelle drin. Da steht drin, in besonders belasteten Gebieten können die Abstände von 1.000 Meter auf 1.500 Meter erweitert werden. Und 250 Leute haben gesagt, wir wollen nicht noch mehr dazu und wir wollen diese Abstände vergrößert haben, weil wir schon in so einem Gebiet wohnen, wie es im Koalitionsvertrag steht. Ich kenne kein Gebiet in Brandenburg, wo diese Regelung vom Koalitionsvertrag schon mal irgendwo mit aufgenommen wurde. Das steht einfach da, so wie in vielen Sachen steht da und es passiert nichts. Das ist unser Problem. Ich kann gerne anbieten, dass sie mir einfach den konkreten Fall da die Sachen, die schriftlichen Sachen, die Daten, die Fakten dazu nachher noch mal schicken und ich mir jetzt anschaue und gucke, ob ich da noch mal Kontakt auch vielleicht zur Parteikollegin aufnehmen kann. Ich bedanke mich, wünsche alles Gute. Wir haben zu danken. Noch wenige Tage bis zur Wahl. Und dann entscheidet sich, wer Angela Merkels Platz im Kanzleramt übernimmt. Ja, Frau Merkel. Ich weiß, ein bisschen traurig sind Sie ja schon, aber haben Sie sich verdient die Ruhe, würde ich mal sagen. So, Leute, das war's von uns. Das war endlich Klartext zur Bundestagswahl 2021. Es gab viele neue Erkenntnisse für die Politikerinnen und Politiker. Ich hoffe, Sie haben aus den Begegnungen mit dem wahren Leben viel mitgenommen. Macht's gut, bleibt sauber, bleibt nett zueinander und ganz wichtig, geht wählen. Toni, wir können. itschirm itschirm Bis zum nächsten Mal.